Sehr geehrte Damen und Herren, morgen wird das Wetter etwas stürmischer als heute. Es ziehen ein paar Regenwolken auf. Nichtsdestotrotz, bei 20 Grad und angenehmer Luft kann man gut durchatmen. Vielleicht nutzt man dann das frische Wetter oder das angenehmere Wetter. Sag mal erstmal ganz kurz, wie du heißt. Ja, ich heiße Marco. Ich komme aus Wuppertal. Ich singe gerne. Warum hast du hier dein iPad mitgenommen? Oder was ist das? Das ist meine Wetterstation. Und was machst du da? Das ist dein Hobby? Ja, also Wetter ist mein größtes Hobby. Schon immer gewesen? Immer gewesen von klein. Ich habe auch eine Wetterstation, eine selbstgebastelte. Also die ist im Garten. Barometer und all so ein Zeug. Genau, mit so einem Windmesser. Aber nicht mit den... Nicht so, oder? Das mache ich nicht. Aber ich finde es cool. Kommt Regen? Ja, 60 Prozent, die in der Schlagswahrscheinlichkeit. Ja, aber 40 Prozent sind, dass es keinen Regen gibt, richtig? Eher weniger, ja. Bei 50 Prozent kann es einen Schauer geben oder es bleibt trocken. Ja. Regen zur Abwechslung ist auch mal was Schönes. Von der Nordsee kommt Schauer auf, denn es ist auch konstant eher so Regenwetter, häufiger mal im Herbst. Leider manchmal auch... Was singst du denn für uns, Schnuckelhase? Also ich möchte singen, Cowboy und Indiana. Hä? Genau. Genau. Wir halten auf die Landseite. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Richtig auf den Rhein und kann nicht singen, ob das rödes Wetter stimmt. Rödes Wetter ist super und das solltest du weiterverfolgen. Okay. Vielen Dank, Marco. Danke, dass du da warst. Danke. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag. Danke gleichfalls. Wir haben ganz kurz die Sonne gesehen. Das ist nicht die Sonne. Wie geht's dir? Ist nicht schlimm. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war voll aufgeregt und das erste Mal so dabei sein ist alles. In guter Erinnerung bleiben. Genau. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.